Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute geht es mal nicht um die Küche, auch nicht um eine andere Art der Technik, sondern es geht um die Earth Day Kampagne. Und Nordgreen hat mich gebeten, hier etwas mit euch drüber zu sprechen, beziehungsweise einfach so ein bisschen die Werbetrommel zu rühren. Und deswegen auch die Kennzeichnung Werbung. Und wen das ganze Thema Uhren von Nordgreen, beziehungsweise Earth Day Kampagne im Jahr 2021 interessiert, der kann gerne dranbleiben. Weiter geht es nach einem kurzen Intro. Wer meine Kochvideos kennt, der weiß, dass ich ungern Lebensmittel verschwende. Das heißt, auch wenn mal so eine Birne ein bisschen angedattet ist, mache ich da immer noch einen leckeren Obstsalat raus. Oder wenn man einfach hier altes Brot hat, nicht gleich in die Tonne kloppen. Man braucht immer mal ein bisschen Semmelbrösel oder auch bei den Kochvideos, dass man dann einfach altes Brot hinzugeben möchte, wenn man sich eine Bulette macht oder andere Sachen. Genauso halte ich das mit Gemüse oder Obst. Da kann man sich einfach hier im Handel mal solche Mehrweg-Netze holen. Da kann man sich dann auch beim Obsthändler füllen lassen. Da muss man nicht immer alles in Plastik einpacken. Das ist immer für mich so ein Anliegen. Also das ist mein Persönliches, was ich auch jeden Tag lebe und was ich auch gern mache. Das wollte ich euch einfach nur mal hier zeigen. Und ich war erfreut, als ich jetzt gehört habe, dass man zusätzlich zu der Uhr, die ich mir bestellt habe, auch noch so eine 100% recycelte Tragetasche bekommt. Also die bekommt man gratis und finde ich wirklich toll, weil man kann sie halt immer wieder benutzen. Wir haben nur noch solche Taschen zu Hause. Ich glaube, die werden ja teilweise gar nicht mehr verkauft bzw. kosten dann auch ordentlich Geld. Und sie belasten halt in großem Maße auch die Umwelt. Man sieht das immer in den Weltmeeren, was da an Plastik rumfliegt. Ich kenne Nordgreen schon seit der letzten Uhr. Da habe ich mir ja die Pioneer bestellt. Und die haben schon seit Jahren Nachhaltigkeitskampagnen. Das habe ich auch in meinem letzten Video schon erzählt. Wer das noch mal sehen möchte, kann mal oben rechts klicken. Und ja, ich habe im letzten Jahr habe ich zum Thema Gesundheit mitgemacht. Da muss man einfach hier auf der Rückseite, ich zeige euch das jetzt mal, Da ist so eine Seriennummer, die muss man sich aufschreiben, plus dieses Zertifikat in der Box drin. Und dann kann man an den drei Säulen, die Nordgreen hat, mitmachen. Und zwar ist es Gesundheit, Bildung und Umwelt. Und da kann man sich einfach aussuchen, für welche NGOs man sich entscheidet. Da gibt es dann auf der Internetseite ganz viele Informationen drüber. Dänemark hat auch auf dem Index der SGD im Jahr 2020 den zweiten Platz der umweltfreundlichsten Länder erreicht. Und die Jungs von Nordgreen, das sind so zwei Youngster, die sind durchgestartet mit dieser Uhrenmarke. Die haben von Anfang an gesagt, wir beteiligen uns an diesen Umweltaktionen. Wer Dänemark kennt, das ist ja auch mitunter mit guten Fahrradwegen ausgestattet. Und deswegen ist das auch hier in den Köpfen richtig verankert. Jetzt erzähle ich euch einfach ein bisschen was bezüglich der Uhren. Im letzten Jahr habe ich ja hier diese Pioneer mit 40 mm Gehäuse und diesem schwarzen Ziffernblatt bestellt. Und die trage ich jetzt seit gut einem Jahr. Und da bin ich immer noch vollstens zufrieden. Die läuft auch noch toll, hat hier diese Datumsanzeige und verstellt sich auch nicht. Und jetzt dieses Jahr habe ich mir, na jetzt muss ich gucken, dass mir das nicht runterfällt, die Philosopher bestellt. So sieht die aus. Das ist auch 40 mm, hat auch ein schwarzes Ziffernblatt. Trägt allerdings nicht so auf. Also man sieht hier, die ist schön flach. Und was ich halt jetzt geschaut habe, weil es halt auch groß die Werbetrommel gerührt worden ist, dieses braune Leder. Und dadurch, dass es vegan ist, wurde hier gänzlich auf tierische Bestandteile verzichtet. Das heißt, hier ist nichts Tierisches drin, auch nicht von der Pflege. Manchmal ist es ja in diesen Ölen drin. Und deswegen finde ich das toll. Zusätzlich gab es noch in der Box hier, bei der, dieses Bohem Green Nylonband. Und da hat man unten einfach so einen Schnapper. Mensch, jetzt habe ich zu viele Sachen in der Hand und zu wenig Handy. Hier hat man so einen Schnapper, den macht man einfach hier auf. Und dann kann man sich das Band wechseln. Aber ich finde das braune Leder jetzt recht schick. Und man sieht auch hier unten mit der Zeit, dann hinterlässt es auch hier die Spuren. Aber wie gesagt, das sieht richtig schick aus. Von dem Design kann ich sagen, es gefällt mir immer noch. Es ist zeitlos. Die haben ja den Jakob Wagner als Chefdesigner. Und ich finde auch, rein persönlich, macht der eine gute Arbeit. Ich bekomme das ja hier zur Verfügung gestellt. Aber trotzdem finde ich die Uhr schick. Sonst hätte ich es nicht nochmal gemacht. Und wie gesagt, ich finde beide richtig klasse. Mit dieser Box, die ist auch aus umweltverträglichen Materialien gemacht. Also ich habe mich da eingelesen. Die machen hier wirklich sehr viel. Und wenn ihr an diesem Rückgabeprogramm teilnehmen möchtet, das heißt, wenn ihr euch schon so eine Uhr bestellt habt, müsst ihr, wie gesagt, auf der Rückseite der Uhr. Da ist eine Seriennummer und in diesem kleinen Pappteil hier ist ein Zertifikat. Und da registriert ihr euch auf der Homepage und klickt dann an, was ihr zum Thema Nachhaltigkeit machen möchtet und welche NGOs ihr da unterstützen möchtet. Unter den Hashtags EarthdayTheNordgreenWay oder EarthdayEveryday könnt ihr eure Aktionen, die ihr macht, posten und veröffentlichen. Da kann sie jeder sehen und kann sie auch jeder suchen. Bei Nordgreen ist es so, dass die jetzt auch noch zusätzlich zu diesem Rückgabeprogramm noch ein bisschen mehr machen möchten. Und zwar haben die einfach CutTheCrab. Das heißt, Plastikverbrauch reduzieren. Deswegen bekommt ihr einfach so diese Tragetasche hier aus 100% recyceltem Material bei einer Bestellung von einer Uhr mit dazu. Vergesst also nicht, die hinzuzufügen, wenn ihr sowieso eine Uhr bestellt. Ja, dann meet your halfway. Eine Woche ohne Fleisch. Muss mal schauen. Werd das vielleicht auch bei meinen Kochvideos berücksichtigen. Und dann on your bike. Das heißt, eine Woche mit dem Fahrrad fahren. Und hier die Jungs machen Tour de Nordgreen. Ich denke mal, die werden dann auch bei sich hier in Kopenhagen anfangen und die Mitarbeiter animieren, dass sie mit dem Fahrrad fahren. Also wer eine Uhr sucht und gleichzeitig etwas Gutes tun möchte, der kann einfach mal hier ein bisschen stöbern. Es gibt für Frauen, es gibt für Männer, es gibt Ersatzarmbänder. Ihr könnt das kombinieren. Es gibt Geschenkboxen. Wer sowieso auf der Suche nach einer Uhr ist, kann hier gerne zugreifen. Mit dem Code KAI bekommt ihr nochmal 15% Rabatt. Und wie eingangs erwähnt, vergesst nicht, die Tasche hier in den Einkaufswagen mit reinzulegen. Die bekommt ihr gratis dazu. Dann war es das. Ich hoffe, ich habe euch einiges erzählt. Hab das alles abgedeckt, was ich rüberbringen möchte. Und fangt mal an, nachzudenken, was ihr selber tun könnt, um jeden Tag ein bisschen nachhaltiger zu leben. Der Planet, der wird es euch in jedem Fall danken. So, dann war es das jetzt mit der Werbung. Und ich sage bis zum nächsten Mal hier auf KAI's Kanal. Und ich sage bis zum nächsten Mal.